Hi Leute und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge Ben & Ed Blattparty mit Vincent, Luca und Sanni. Ich war gerade total abgelenkt, weil ich habe gerade so auf meinen Charakter so geguckt und wie toll der sich bewegt und so. Warst du ganz fasziniert davon? Bisschen, bisschen autistisch irgendwie. So, dann gibt es doch diesen Emoji bei den Whatsapp jetzt, wo Sabba rausläuft. Der so grinst und dann läuft er so schmuckerechts raus. So ungefähr sah das gerade aus. So, die nächste Map wird wunderschön. Oh, sieht so scheiße aus. Blood Explosion. Immer rein ins Wilde Vergnügen. Okay, let's go. Let's go. It's a me. It's a me, Mario. Halleluji. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Das sieht aber einfach aus. Oh, naja, klar. Geh dir mal vor. Oh, ich sehe das Ziel. Nee, nee, Vincent, geh du mal vor. Danke, Vincent. Geh mal vor. Danke, Vincent. Geh mal vor, Vincent. Wie, ja, Checkpoint. Oh, da ist mir was rübergehauen. So, oh, oh. Kräftige Dame. Oh Gott. Oh, da ist eine Wahnsinnige. Nein, nein, nein. Ich hasse euch alle. Und dieses Spiel. Ja, das sowieso. Scheiße. Okay, Checkpoint. Oh Gott. Hammer, Aua, Aua. Entschuldigung. Nein, Säge. Ach so, ich kann ja nichts mehr nehmen. Oh, okay. Scheiße. Ich habe ja keine Arme mehr. Scheiße, wie macht man das denn? Okay, das wird kompliziert. Oh, da ist ja noch ein Hammer. Oh mein Gott. Shit. Ja, schnell durch. Klappt auch nicht so. Okay, ich bin festgepackt. Oh, du Scheiße. Das habe ich nur noch. Oh Gott. Ah, okay. Ich bin festgepackt. Wenn du, bist du nur noch ein Kopf mit Oberkörper. Nein, so knapp. Ja, war ich. Dann kannst du noch deinen Kopf werfen. Das geht dann noch. Und dann kannst du als Kopf rollen. Dann brauchst du nicht respawnen. Ah, okay. Ah, shit. Nein, oh Gott. Ja, Hammer, Hammer, beruhig dich. Okay, 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 okay. Wow. Nein, Mann. Das ist doch blöde, das Level. Oh, Gott. Das hat keine Freunde. Oh, Gott. Definitiv nicht. Das will, glaube ich, auch gar keine. Leider nicht. Ach, so unabhängiger. Wenn das Level der Serie wäre, dann wäre es sowas wie GZSZ. Sowas gegen GZSZ? Checkpoint. Checkpoint. Ja, doch schon. Ich habe es nie gesehen. Ich auch nie. Da hast du auch nicht viel verpasst. Aber, blöder Hammer. Emotionale Liebesgeschichten, also bitte. Ich bin sehr emotional. Ich bin sehr emotional. Möchen. Nein! Oh, ich hasse dich. Was? Nein, nicht so schlimm. Aua! Oh Gott! Oh! Nein! Okay, habe ich verdient. Habe ich verdient. Ist okay. Nein! Oh, scheiße. Jetzt die Hammer? Oh, Mann. Äh, ja. Ja, ist okay. Gib vor. Okay, okay, okay. Jetzt sieht doch das jetzt ganz gut aus. Nö! War einfach okay. Ich habe mich nicht persönlich genommen. Nein, scheiße. Und ich hänge mal wieder übelst weit hinten ab. Yay! Aua! Es ist doch einfach zum Kotzen, dieses Spiel. Schau mal nach, welchen Platz Vincent macht. Der HSV unserer Gruppe. Schein! Oh, dieser Kackdinger. So, jetzt nehme ich mir jetzt wieder meinen Selbstschutz. Ich habe mich sicher gegen den HSV gewinnen, oder? Mir stimmt. Ich mag die Stadt Hamburg. Okay, okay. Checkpoint. 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 Ja, als Kopf kommst du eigentlich ziemlich gut durch. Geht der Hammer lang da. Oh Gott. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Wird man da getroffen. Oh, das ist gemein, das Messer. Okay, okay, okay. Das habe ich aus deiner Perspektive aber auch nicht gesehen. Hör, warum kann ich meinen Kopf nicht werfen? Neeeeeeen! Scheiße! Oh! What the fuck? Nein! Das gibt es nicht, ey. Ich hasse alles. Ich hasse diese Plattform. Nein, bitte nicht. Aber wenn jetzt ein Stuhl kommt, wäre das halt echt ärgerlich, ne? Richtig ärgerlich. Besonders bei Vincent wäre es ärgerlich. Hört auf, Freunde, hören auf! Vincent. Komm schon! Ja, Kopf geworfen! Bup, bup, bup! Sehr gut. I will leave, I can fly! Ja, aber absolut, ne? Ikea! Wow. Das ist echt knapp. Ikea! Ikea hat wieder zugeschlagen. Wenn du jetzt mit Shift zum nächsten Ding springst, zu dem weiteren, dann bist du, genau. Und dann den Kopf werfen einfach. Was wäre, als wenn du jetzt noch ein Stuhl gekommen wär? Oh, das wäre echt cool. Das wäre ja mal schön, einfach mal, einfach mal nicht letzter zu werden. Oh, 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 oh. Das nächste Mal erster wird unwahrscheinlich, denn es ist eine Coop-Map. Oh, Mist. Und die sieht schon so richtig schön aus. Vincent, weißt du, wann du die Chance hast, mal erster zu sein? Wenn du alleine spielst. Abwarten, Freundin, abwarten. Die Beschreibung ist vor allem so schön. Der war gut, ne? Der war sehr gut. Da, da, da bekommst du es. Da, hier. Ich nehme es jubelt entgegen. Sollen wir mal gleich starten? Ja. Schön, dass es auch noch heißt, you probably hate your friends after this. Was? Das tue ich doch jetzt schon. Was? Aber mich auch. Und ich glaube, Vincent tut das auch. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Ey! Erstmal boxen. Alter, soll ich dir mal googeln, was Coop bedeutet? Ja, ich kann kein Englisch. Ich brauche kein Coop. Achso, schiff doch, ne? Was braucht man doch? Guckt man da irgendwie lang? Da oben muss einer hoch. Könnt ihr mal aufhören die Kiste wegzuschieben? Hä, wo ist die Kiste? Ah ja, kann jemand die Kiste runterschieben, bitte? Achso. Achso, da sind alle schon. Ja, dann müsste jemand auch zurück auf die Plattform, ne? Oh! Die Kiste ist weggeflogen. Weee! Hä? Geht es nicht um, also? Äh, Leute, unsere Kiste, aber unsere. Nee, bei mir ist sie noch nicht. Echt? Bei mir ist die Kiste weggeflogen. Echt? Hat er ja wieder. Ja. So. Oh. Jetzt die noch schön lang dahin schieben. Fuck. Geht schon. Ordnungsfreak. Nee, eigentlich nicht. Hilfe, Vincent. Was denn? Hier. Nein! Oh, kacke. Jetzt muss ich ihn nochmal rinden. Ach, da. Ah, ja, warte, da muss ich auch hin. Nein! Aber ich komme ein bisschen später. Ja, ja, das ist die Zeit. Ach, da ist ein Hammer. Oh, shit. So. Vielleicht den auch noch runter. Ja, doppelt echt besser. So. Oh Gott, wo geht's denn hier weiter? Das ist so irritierend. Nee. So. Ah, okay. Aber mit den Checkpoints sind sie hier aber auch ein bisschen geil. Kann das sein? Ja. Leider. Okay, ich stelle mich auf die Plattform. Wow. Tack. Ach so, oh, die Plattform muss hoch. Okay. Oh. Warte. So. Kann man die von da oben auch bedienen? Hab ich die gerade bedient? Spring nochmal. Ja, kannst du dann... Okay. Kann ich immer nochmal hin? Okay, ihr seid zu weit weg. Vincent. Ja. Dankeschön. Was denn? Oh, check. Wir können doch auf der anderen Seite weiter. Äh, was sind... Oh nein, ich hasse diese Hände. Geht das jetzt? Oh, verdammt. Dann nehmen wir den einfach noch weg. Dann muss ich erstmal hier... Schön. So. Oh Gott. Aua. Okay. Vor allem das Lustige ist, auf den Fingern steht einfach YOLO, ne? Okay, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das ist mir schon aufgefallen. Oh, aua. Aber ich hab's geschafft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh. Nein. Ich hätte nicht springen sollen. Hm. Okay. Okay, okay, alles gut. Okay, okay. Nein. Oh Gott. Da kann man doch einfach nur versuchen durchzurennen, oder? Oh. Aber wie komplett in der zusammen. Ich glaube, oben ist noch ein Knopf. Kopfkopfkopf. Ja, oben ist noch einer. Okay. Okay, okay. Ja, ist vielleicht... Nein, da ist ja eine Ritze dazwischen. Wie mies ist das denn? Wie seid alle? Ist das bitte eine Ritze dazwischen? Ja, hier... Nein! Das versuchst du zu beschreiben? Egal. Besser nicht. Nein. Oh Gott, geschafft. Gut. Ja, da zwischen den... Da, wo die... Wo die Dinger durchgehen, die... Ach komm. Oh, nein. Kleiner Schlag auf Niederkopf hat noch nie geschadet. Oh, shit. Gott. Wir müssen unseren Kopf werfen, um ins Ziel zu kommen. Gott. Wie soll ich dann durchkommen? Oh, Scheiße. Ach, hier ist er noch gar nicht das Ziel. Scheiße. Nein, jetzt spring doch, du dummer... So geht's halt. Nein. Ach, Mist. Okay. Ach, nein. Ach, Mist. Uh, ein Checkpoint. Oh, das ist ja mies. Erziehungsschelle. Absolut. Checkpoint. Oh, die Bomben sind da... Nein, bitte nicht. Geht weg. Nicht so freundlich. Oh, komm. Gott. Nein. Oh, diese Kaka-Wall. Oh, Scheiße. Ist das scheiße. Hä, wie soll man denn da hinkommen? Da müsst ihr euren Kopf werfen und dann durch so eine Röhre und dann ist da ein Button, den man mit dem ganzen Körper bedienen muss. Und der öffnet ja wohl eine Tür, wo ich jetzt hier nicht weiterkomme. Na, geil. Okay. Äh, die ganzen Hämmer hier machen mich ganz konfus. Oh. Da wurde mir das Bein abgeschnitten. So. Oh, Gott. Die sind ja überall Hämmer. Scheiße. Oh, ja. Das ist total ätzend. Ach, du hast die Bombe schon ausgelöst. Gut. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber du musst springen und dann... Oh, wie land ich denn? Aber... Irgendwo ganz woanders. Ist da Platz dazwischen denen? Nee, das schaffe ich nicht. Vielleicht gibt es einen cooleren Weg oder so, ich weiß nicht. Ja. Hä? Ja, du kommst da nicht weiter. Du brauchst dann den ganzen Körper. Irgendwas. Oh, das macht... Merkwürdig. Weil wenn du dann durch die Rollen da durch bist, da kommen dann so Buttons, die du mit dem ganzen Körper bedienen musst. Ist ja scheiße. Aber man muss trotzdem werfen, weil... Ja. Man kommt dann an das Scheiße. Ja. Oh, scheiße. Na. Ich versuche jetzt mal wieder zu euch aufzuschließen. Na. Ach stimmt, willst du das mal wieder ganz hinten? Warum geht denn das nicht? Wie muss man denn da den Kopf werfen? Hä? Okay. Warte. Wie? Okay. Hallo. Muss man da durch beide Röhren durch? Nee, da gibt es eine Röhre, diese gelbe Plattform. Meinst du die? Ja. Das ist nur Kopf. Nur Kopf? Ja. Ach, da muss man auf beide. Ach, ich bin doof. Ich verstehe es nicht. Ich bin doof. Ich komme da ja nicht rüber. Bist du auf der linken Plattform? Ja. Ach, komm. Dann gehen wir mal weiter dann. Mehr Anlauf. Öh. Wie mies ist das denn? Ich habe... Ich habe halt einfach Brain Legs. Ach so, man kann da runterfallen. Springen und dann erst werfen. Ja, ja, mache ich auch. Aber ich werfe immer... Ganz spät erst werfen. Ja, jetzt. So, warte mal. Vielleicht erst mal hier runter. Und dann mal gucken. Checkpoint. Juhu. Ist das besser als Kopf? Ich glaube ja. Oh. Irgendwie noch. Dann hätten wir es alles geplatten. Ja, wir müssen... Ach, da hinten ist das Ziel. So, okay. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Oh nee, da ist der Hammer über der Plattform. Geil. So. Ja. Okay. Oh, nicht. So macht man es. Okay, ich bin auf so einer Plattform. Oh, okay. Ach so. Okay, die andere, die muss weiter... Nein. Okay. Ich muss verstanden. Die andere Plattform, die muss weiter runter... Ich gehe hier über. Warte, springst du? Oh. War ja nah, aber. Das Problem ist, wenn ich jetzt da runtergehe... Ah. Dann können wir den Knochen drücken und dich hochbringen. Genau. Wenn mich jetzt... ... noch mal... ...winde. Äh, genau. Ja, aber jetzt ist die hier wieder oben. Mach noch mal. Jetzt komme ich halt nicht weiter. Spring. Ja, dann geht nur die auf der anderen Seite. Warte, dann gehe ich auf die anderen Seite. Okay. Genau, jetzt kannst du springen. Nein! In der Theorie. So viel zu dem Thema. Nein! Ich bin auch daneben gesprungen. In der Theorie. Das ist so fies, wenn diese Plattformen so schräg sind. Dann weiß man nie so genau. Und? Ja, das sieht gut aus. Und jetzt auf die nächste. Jawoll. Sie sieht gut aus. Oh! Oh, entschuldige! Ich habe mich nur einen Schritt bewegt und dann reagiert es den gleich. Tut mir leid. Äh, warte, dann gehe ich da mal hin. Springer. Ach, scheiße, muss ich jetzt die andere Plattform hier nochmal drücken? Das wäre gut. Ja. Oh, jetzt ist die hier wieder platt. Ähm, ja. Warte. Sehr gut. So, warte. Jetzt kannst du rüber, Mira. Okay, kommst du auf die... Ja, mit der kommt man... Da kommt man mit Shift drauf. Okay. So. Danke. Okay, sehr gut. Boah. Fuck! Nein, die muss... Das Löcheln ist noch im Hintergrund. So. Shit. Und die... Die andere... Warte, ich spring mal eben. Oh. Das hört sich so scheiße an. Oh Gott, wie soll ich denn das... Oh, da drüben ist ein Checkpoint. Ach du Scheiße. Wo? Da? Ja, wie soll man denn da hinkommen? Oh, warte, da können wir eben hinspringen. Ich will da gerne hin, aber... Ja, geht. Da muss ich aber im Kopf werfen. Warte, ich gehe aus dem Weg. Jawohl. Nein! Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Mit Shift geht das auf jeden Fall nicht mehr. Ich versuche es mal einfach weiter zu springen. Es wird ja nur noch eins hochkommen, ne? Mhm. Kann mal jemand... Da müsste doch weiter noch ein Knopf sein. Ah, hinter der Klinge bei euch. Ah ne, der Knopf beim Checkpoint. Warte. Der rosa, ne? Huh, Checkpoint. Okay, dann müsste das jetzt so gehen. Okay, Sunny wurde zerschnitten. Ja, ich bin jetzt auch hier. Okay, super. Jetzt wüssten wir irgendwie nur noch hier hochkommen. Ja. Oh Gott. Wie sollen wir denn hier eigentlich da hinkommen rechtzeitig? Achso. Jemand muss ja mal die Plattform runter machen. Ja, Luca, kannst du nochmal springen, bitte? Nein! Ich hasse mein Leben. Aber Mira hat es schon mal geschafft. Oh Gott, eine Minute noch. Okay, jetzt sieht es ganz gut aus. Bitte nochmal springen hier. Oh, endlich. Okay. Warte, dann gehe ich mal hier nach vorne. Warte. Boah, warte, ich bin nervös. Okay, was... Was? Ich glaube, das war es schon. Ah, nee, einmal noch. Springen, wer auch immer da gesprungen ist gerade. Ja, genau. Ich muss immer wieder springen, weil er in der Klinge ist. Achso, okay. Bleib drüben? Huch, ja. Wow. Könnt ihr das Ding nochmal irgendwie runterholen? Ah, Luca. Welches Ding? Ach, das Ding. Oh nein, da muss ich nochmal zurück. Cool. Und er hüpft einfach lustig. Oh, scheiße, noch 10 Sekunden. Oh, das wird sehr knapp. Ich gehe schon mal ins Ziel hier, ne? Ja, okay, das sieht gut aus. Oh nein. Oh nein. Oh, verdammt. Mann, wir waren gerade so gut. Dann müssen wir das in der nächsten Folge nochmal machen. Ja. Wir haben erst 17 Minuten. Wir können es also... Ja, wir können es nochmal gucken. Okay, ja. Ja gut, dann los. Aber jetzt mal wissen wir, was... Sollen wir ein paar Minütchen mehr machen? Ja, im schlimmsten Fall. Eine. Zwölf Minuten. Oder machst du so 15? Ja, ich mache mal 15, ja. Ich glaube, dass wir früher fertig sind. Ja, hoffentlich nicht. Nicht mehr, wo es lang geht. Ich hoffe es. Ja, wenn wir jetzt dann so einen Hänger haben, wie bei den Clown Spike Balls, wäre das nicht so schön. Jo. So. Und los geht die wilde Fahrt. Entschuldigung. Ja. Oder auch nicht. Ey. Das war nicht mit Absicht. Mir egal. Jemand muss bluten dafür. Einmal im Monat. Er blutet zu. Oh, war das schlecht. Ich weiß. Oh ja, ich pusch dich richtig hart. Oh, Mann. Was ist das dann? Das macht dann immer so ein komisches Gesicht, das Ding, ne? Das mag es richtig. Oh, Gott. Ich finde es geil. Oh, Gott. Wen hast du da gerade weggeprügelt, Luca? Der Hammer war dickfühl. Oh. Fährt mich mal einer nach oben? Ja. Wunderbar. Wie. Nochmal. Danke. So. Checkpoint. Oh nein, das sind die Hände. Die schaffen das schon selbst, oder? Warte, das war sehr doof von mir, das tut mir sehr leid. Aber es trifft ja immer den Richtigen, ne? Der, der, der im Willen schon lange gebrochen ist. Ja, irgendwie so standst du das so. Das war ein Reflex. Scheiße. Neun. Okay. Ich warte hier auch nicht. Stamm. Und jubel dir zu. Hey. Vincent, Vincent, Vincent. Hier ging es ganz gut. Wenn du es hier hin schaffst, kriegst du auch ein ganz langes grünes Geschenk von mir. Ich glaube, ich spring jetzt einfach in den Freitod. Ich komme nicht mehr an diesen blöden Anregungen. Nächste, Luca. Sogar die Männer springen lieber freiwillig in den Tod, als mit dir was anzufangen. Ich hole mir doch eine Katze. Katzen können böse sein. Ich kann dir dann mit deiner grünen Überraschung irgendwie beglücken oder so. So. Bist du rechts gegangen? Ne, ich gehe jetzt rechts. Gehst du links? Ach ja, okay, dann gehe ich links. Ups, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin rechts. Das habe ich mir fast gedacht. Oh, Gott sei Dank. Aber wir sind, glaube ich, jetzt schon schneller als vorhin. Nein. Nein, ja, definitiv. Ja. Na, Luca, vielleicht nicht. Der ist gerade respawnt. Ach, komm. Oh nein, ich hasse diese Hammer. Ja, fang ich einfach rein. Okay. Nein, jetzt fängt es an zu lenken so ein bisschen. Echt? Und jetzt schwirrt hier eine Mücke um mich herum. Und das Beste ist richtig. Das wird dir immer schlimm. Schlimmer. Oh, da ist eine Ritze zwischen den Dingern. Dann willst du mich verarschen. Ich sage doch, die Ritzen sind fies. Ja, die Ritzen sind echt fies. So. Nein. Nein, warum ist da eine Lücke? Ja, ist mir auch gerade passiert. Oh, ich habe die Konsole aufgemacht. Welche Konsole? Es gibt ja jetzt eine Konsole, die man aufgemacht hat. Irgendwie habe ich die aufgemacht. Oh Gott, ist das eine gute Idee, da hinzugehen? Ja, müssen wir ja eigentlich. Okay. Ich habe gerade standen. Ach, verdammte Kacke. Woanders her. Soll ich nochmal springen? Nee, ich komme auch von hier so rum. Okay, warte dann. Ach, warum sind denn da überall Ritzen? Ich bin klein, da falle ich rein. Oh, jetzt komme ich da natürlich nicht drüber. So Vorführeffekt und jetzt leckt es total. Oh nein. Ja, leckt riesig. Ja. Warte. Ja. Ich nicht. Lass mich nicht. Lass mich nicht. So, ich habe irgendwie vier FPS. Ich habe nicht mal. Aber auch noch grob aufgerundet. Also ich habe genau null. Laut meinem Aufnahmeprogramm. Ja, ich habe wieder das Standbild. Nee, geht es doch nicht. Nee. Ich hatte es auch kurz gedacht. Shit. Siehst du, das Spiel zieht automatisch die drei Minuten wieder ab, die wir drauf schauen. Naja. Bei mir geht es ganz... Bei mir sind immer noch 59 FPS, aber... Bei mir sind jetzt 12, wir warten mal bis... Gut, und jetzt geht es wieder. Nee, gar nichts. Dann respawne vielleicht mal. Bin ich schon ein paar mal. Bei dir geht es dann nicht, oder? Ah, jetzt geht es. Ja, jetzt geht es gerade wieder. Okay. Okay. Oh, das war knapp. Ich komme nicht durch diese Hämmer durch. Ich weiß nicht, ob er hämmert. Nein, ich bin... Jetzt habe ich einfach vergessen zu springen. Ich bin so doof. Das ist mir auch mal passiert. Das gibt es nicht. Okay, ich glaube, ich komme nicht weiter. So. So. Okay. Oh, nee, jetzt sieht das so wieder aus. So, wieder 30 Minuten. So. Oh Gott, diese Checkpoint-Gesach-Sache da. Oh. Oh, zweimal abgekriegt das Ding. Oh, scheiße. Oh. Fuck. Ich muss Schiff auch loslassen. Okay. Kannst du das Ding hier mal runterfahren? Äh, welches? Das hier vor mir. Ähm, ich glaube, das kann ich leider gerade nicht, weil ich da nicht... Warte, ich kann es mal ausprobieren, ob ich da hinkomme. Ähm. So. Okay. Ja. Nein! Oder auch nicht. Ich stecke in der Röhre fest. Wie damals im Kindergarten. Das muss ja sehr traurig gewesen sein. Okay, oh Gott. Ähm. Okay, ich habe es bis zum nächsten Schiff von der Wissenschaft. Jawohl. Oh, verdammt. Shit. Okay, ich bin wieder auf den Plattformen. Okay. Okay. Kann ich mit dem Ding machen? Okay, ich brauche einen Körper. Das ist magisch. Achso, nein, ich... Und das Problem ist, du wirst dann nicht weiterkommen, oder? Ach. Jetzt könnte ich weiter. Ja, aber ich komme ja dann nicht weiter, wenn du da... Obwohl, doch. Lass das Ding mal oben. Genau, und jetzt spring weiter. Warte, sorry. Nein, unternehmen. Jetzt kann ich. Jawohl, so stelle ich mir das doch vor. Geht es? Ja. Okay, perfekt, danke. Aber wenn es läuft, dann läuft es richtig. Juhu, jetzt können wir durchspringen, oder? Jetzt bloß nichts Falsches machen. Oh, dann raste ich aus, an denen installiere ich das Spiel. Geschafft. Boah. Das ist ja nicht. Juhu. Das ist ein Killer-Sprung, will. Warte, ich komme zu dir. Girl Power. Hui. Davon muss ich ein Screenshot machen. Oh ja, das ist ein schöner Screenshot. Ja. Okay, wir haben noch sieben Minuten, Luca. Ja. Kriegen wir ihn, kriegen wir ihn. So, Vincent. So, okay. Kommt man da eigentlich drauf, auf das Ding? Ah, ja, normal schon, ja. Juhu. Holst du das Teil runter? Hm, 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 mein Bier-Cappy. Danke. Ui. Wieder hoch. Ja. Ach so, du musst wieder hoch. Oh, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Ja, geil. Jetzt crunch ich bis auf mein Lebensende. Danke, warte, bleib da. Äh, äh, äh. Ah, jetzt wieder, doch, geht. Okay. Und wie auch immer ich jetzt zu diesem Checkpoint hier kommen soll. Kopfwerfen, bitte. Ein noch ein bisschen weiter, du musst auf das Klingen-Ding und dann Kopfwerfen. Ja. Oder eins weiter und dann Kopfwerfen. Kannst auch einfach da hinspringen. Das ist eigentlich kein Problem. Ach so, du hast ja eine Klinge davor. Ja. Auf die nächste Plattform, die jetzt gerade hochgefahren ist, und dann den Kopfwerfen. Aber wenn die runtergefahren ist. So habe ich es zumindest das letzte Mal gemacht. Ähm. Lukas, das ist wie Seilspringen, war Vincent? Ja, bitte. Ja. Den habe ich hingekriegt. Klingen springen. Das reimt sich sogar. Klingen springen. So, kannst du die andere Plattform wieder runterfahren? Ja, klar. Oh Gott, das ist so schlecht, ey. Aber ich wünschte, ich könnte jetzt ja schon so abschließen, dass ich euch bewerfen kann mit Stühlen. Wo kommt wieder das Unkollegiale raus? Oh yeah, yeah. Chikichikita, yeah. Ich bin ein Rapper. Reminem, Bushido. Nein! 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 Wieso musst du denn gar nicht kraschen? Warum hast du so verdient? Warum lauft der kleine Bastard den Kopf? Dieser... Ja, Chani. Halt's Maul, Spaghetti-Fresse. Ja, alle am Ziel, ne? Oh nein! Wo kackst du jetzt ab? Oh nein! Aber wir müssen wieder warten, Leute. Kommst du da hoch? Scheiße. Also. Mit dem Kopf vielleicht? Ja, das ist nicht so leicht. Wo ist eigentlich Chani? War die nicht so am Ziel? Halt's Maul, Spaghetti-Fresse, habe ich gesagt. Warte mal, ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwie... Warte, vielleicht ist sie dahinter. Ne, warte mal. Ich kann die versuchen, mal runterzulassen. Da müsstest du auf die Plattform, die noch weiter vorne war, die... Ah, okay. Ja, genau, die nächste da. Siehste, Vincent ist kollegial. So. Fja hat gerade gesagt, sie möchte uns bewerfen. Ich möchte eigentlich nur dich bewerfen. So. Das verstehe ich gar nicht. Okay. Oh. Die müsste hier noch nach oben und dann kannst du einfach... Scheiße. Oh Gott. Aber was machst du da? Ich bin gerade ganz gebannt gewesen hier beim Zuschauen. Hier. Okay, du kannst weitergehen. Genau, und du auch. Äh... Ja? Äh, nee, das wollte ich machen. Ja. So, okay. Aber jetzt komme ich nicht weiter. Mit dem Hühnchenkopf. Warte, das ist gut. Ach so, warte. Ach ja, jetzt muss er erst mal fertig machen. So. Jawohl. Und du kannst nämlich doch mit Schiff trinken. Das sieht irgendwie falsch aus. Was der da mit den Mittelfingern macht. Hier das... Wenn das immer... Also würde er dir gleich sich in die Nase stecken. Jawohl, wir haben es geschafft, glaube ich. Also wenn jetzt nichts Schlimmeres passiert. Jawohl. Hey. Hey. Gott sei Dank. Geschafft. Victory. Ich glaube, ich und Vincent sind das neue Löffelchen-Team. Der ist mehr sympathischer als Luca. Tja, Luca. Der ist weg. Der ist abgebrochen. Wo ist denn eigentlich Luca? Wir sind eh fertig mit der Folge. Ja, eben. Das sind die Nerven. Äh, ein Unreporter. Ja, siehst du, Löffelchen-Team aufgelöst. Ja, dann bin ich raus. Also wenn drei neue... Oder eine neue Mitspielerin gesucht. Nein. Tja, dann sind wir ja eigentlich durch für heute. Ja. Ja. Das war ja mal ein richtig schönes Koop-Erlebnis eigentlich. Ja, das hat uns zusammengeschweißt. Obwohl da steht, dass wir uns vielleicht hassen könnten. Das ist aber nicht passiert. Nein. Ich hasse Luca. Aber das hast du schon davor getan, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Dafür liebt mich jeder andere. Ich bin halt toll. Oh mein Gott, ey. So sehr, dass wir dein Gesicht mit einem Löffel verschönern wollen. Wasch dir den Mund, Luca. Wasch dir den Mund. Und andere Teile am besten auch noch gleich mit. Was? Hat er das letzte Mal nicht gefunden? Oh Gott. Ach, ja. Tja, dann. In die Nase mit den Mittelfingern. In die Nase. In den Hühnerschnabel. Ja. Ja, gut. Bis zu einer neuen Folge Ben & Ed Blatt Party, würde ich mal sagen. Ja. Verstunden, seht sich. Tschüssi. Macht gut. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.